Guten Tag, mein Name ist Waltraud Kraska, ich bin Heilpraktikerin und bin durch Zufall auf die Emmett-Therapie gestoßen. Nachdem ich schon seit Jahren verschiedene Körpertherapien anwende, konnte ich feststellen, dass ich bei jedem Modul neue Highlights habe, die es mir in Zukunft und auch schon in der Gegenwart ermöglichen, den menschlichen Körper viel schneller wieder in Balance zu bringen. Vielen Dank.